Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Fall von MaroCut8 Mit den DaluCut Und den Nephi Und der Holly Da ist der Holly Und jetzt ich hab die Disco Map ausgewählt Weil ich mit der Holly jetzt shaken geh Also ich weiß ja nicht was ihr Gesicht ist Das ist alles so bunt Das ist alles so bunt, aber das ist ja cool Bunt ist das neue Bunt ist das neue Schwarz Dalu West Midlands kommt Die klingt doch auch schon nice Ja 1200 Punkte Weil die wegen ihrer Schminke nicht vorwärts kommen Ja das ist ja gut so wenn das Mädchen weniger hat als du Dann kannst du dann Wenn du 5 Punkte mehr hast Denkt sich so wow was ist das für ein Krasser Typ Und das ist halt jetzt so bei mir Ich bin ihr Hero Ich bin ihr Hero Ja 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 Was hat mich denn jetzt in der Luft getroffen Das war meine Holly war alles Das war meine Holly war alles Wie die die Oh die Ah die lehrt schon Aber ich nicht Wo seid ihr denn Ich bin zwölfter weil ich in der Luft erwischt wurde So ich dachte schon wir spielen Geisterrennen Ich seh keine Ja ja Dann wieder wieder Frech Und dann ist er wieder 5 und dann ist er wieder traurig Ja Jetzt komm mal die Roden alle Jetzt haben sie alle mit einem Und dann schubst er mich von der Bahn 5 ist gar nicht so schlecht Und ich bin da um Road Ich bin Fünfter Das ist die Rainbow Road Musik Nefi sing mit mir Ja ja aber ich mag die Musik Rainbow Road Hahahaha Hahahaha Nefi schüttel das Pad Hahahaha Ich schüttel immer das Pad wenn ich so hüpfe Also da du drückst L Ja da Ich schüttel das Pad immer Geht das? Weil das geht auch Ja das geht Damals musstest du das ja machen Aber ich mach das immer noch Das hab ich noch so drin Oh da wieder wieder Oh da sind wir alle weit hinten Leute was ist da los Ich bin nicht weit hinten Ja ja du bist Hedigeno Du bist vorne Ja vierter von zwölf Ich glaube schon eher weit vorne Ja ja aber die sind alle Ach ey heute ist nicht mein Tag Die treffen mich alle mit irgendeinem Scheiß immer Echt? Na da müssen wir was tun Da müssen wir was tun Ja Da müssen wir was tun Okay ich werd mal schnell erst Ja ja mach mal Das ist aber nicht Das ist aber nicht Im Aufferzielgeraden Krieg ich wieder alles ab Dann kickt er wieder alles Aber noch so ein fucking Bumerang Ich krieg noch ein Bumerang Hahahaha Oh ist wieder ein Bumerang Ach da wieder ey was ist heute los Day? Was war denn das? Oh hat man noch einen Punkt bekommen? Ja ich hab noch ein paar Im Plus Hauptsache im Plus Oh nice Oh ja bei 3000 wirds dann schon kacke gell Da muss man einen neuen Account stellen Weil dann machts keinen Spaß mehr Ja ja muss ich Genau ich mach jetzt einfach einen neuen Account auf Ja genau So auffack ich nur noch zwei Punkte Wie bei League of Legends Wenn sie dann alle ihre Smurfs hochziehen Das Tic Tac Trauma Das Tic Tac Trauma Das Tic Tac Trauma Also ein Quatsch Hier diese Wasserbahn In meinem Wasserpark Die Holly mags sicher auch oder? Holly was ist so ein scheiß Wasserpark Wenn du die wählst hat die wirklich ein Trauma ey Das Tic Tac das Tic Tac Yeah meine Map Sogar ich Ich hab's gewählt Weil die Musik so super ist Ich wär gern dabei gewesen wie sie das musiziert haben Hätte getanzt Hätte getanzt Das sieht Das ist so cool Ich mag das sehen Super Los Ja die Uhren stehen still Und jetzt gehts los Uh jetzt Drehen sich die Uhren JETZT Jetzt fall ich direkt runter Weil der mich geschubst hat Was ist denn hier los Ja ja die Zahnrede Die Musik ist super Du 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 Uuuu Uuuu Slow und Slicky bummer Da hat ein Roten hinten gerannt und wurde trotzdem abgeschossen Und der ist kaputt gegangen Und der ist kaputt gegangen Und der Roten Der Roten Roten Der Roten Baam Nefi bitte schieß deine Blumen nicht zu mir Warum nicht Das tötet mich Das ist die Folge Mario Kart 8 das Musical ey Sollen wir mal die Musical Folge machen Ne Ja komm Könnt doch alle das rutschen Lalalala Huuu Ritter was mit euch da hinten Schnacken Ich bin der Erster Jajaja Blödsinn Du bist halt der Daniel ist der Erster Das weißt du Ne Du bist siebter Ich sehs doch Ich kann nämlich Ich kann nämlich beides Ich hab doch den Fahrer gewechselt Oh ja 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 Er hat doch den Namen gewechselt Oh den Mario jetzt Schnapp ich schnapp Meine Blume Schnapp sie da alle Du hast die Blume hier Du bist ja jetzt der Letzter ey Nein nein Ich bin grad Sechster Ist auch keine Glanzleistung aber Du bist siebter Jun Warum weißt du denn du Ja Weil er Achter ist wahrscheinlich Das ist nicht gut Ne weil ich jetzt denkst du damit Ja ja ich seh Der von Ferder gegen den drei Pinze Vorne fährt er der Oh Ja Och Oh Das ist ja schon ein Erster Ja Wieso 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 Wieso? Das soll vorne den Sternkrieg, äh, den Blitz. Ich hab den schon noch nicht bekommen. Ich mein den Blitz. Hab ich auch nicht bekommen. Jaja, das war ein Scherz. Hab ihn abbekommen. Jajaja, Nafi, schön nach vorne. Gut gemacht. Gut gemacht. Nafi, den Nafi. Wie viele Räume abnehmen? Was sagst? Ist gerade ein guter Freund der Nafi. Der Nafi. Oh, jetzt musste ich extra den Freizein ausweichen, weil ich sonst von der Uhr getroffen hab. Kapuze wird voll über die Banane. Echt? Ich fahr ihm hinterher, extra so, weil ich dachte, gut, er sammelte eh einen ungefähr. Und dann fährt er einfach durch. Er fährt er einfach durch die Banane. Ich bin Banane resistent. Ach, Kacke. Jetzt wollte ich die Abkürzung riskieren und hab's versaut. Äh, Bonky bleibt einer Bummering. So nervig dieses Fuckteil. Ja, Dritter, komm. Ich hasse die Bummering-erangs. Vierter Platz. Vierter Platz. Dalu, wenn ich auf mein Siegertreppchen stehe, willst du mir ein Insekt halten? Weil ich muss ja Urkunden so halten. Na ja, ich muss in der runterreichen, weil du ja kleiner bist. Ja, weil ich stehe auf dem Treppchen, also bin ich größer. Ja, aber der Dritte ist in so Teppichkantenhöhe. Ja. Du bist trotzdem größer. Du musst mir ein Insekt halten. Nefi, du kannst ja ihn auch geben, okay? Ja. Ja. Was nehmen wir für eine Map? Was nehmen wir für eine Map? Random. Random, okay, nicht mehr. Random. Nefi ist ungeduldig. Wollen wir loslegen? Diese gute Nacht. Mitbewegen. Ja, als ob. Mit Bewegungssteuerung. Viel zu stressig, ey. Ja. Und die Kackstrecke, ey. Die schlechteste Strecke seit es den N64 geht. Ich mag die auch nicht, ey. In jedem Teil ist die Scheiße. Auf der Wii ist die Scheiße. Und immer ist sie drin. Wie Eislevel in jedem Mario. Das Sorbeland ist noch gut. Das Sorbeland ist geil, Alter. Das hier ist richtig kacke. Das ist Sorbeland. Na, die ist auch kacke. Die war doch bei Mario Kart Gamecube, also auf der Gamecube. Da war die noch beschissener. Ja, war das nicht die Map, wo da so ein Pilzauto rumgefahren ist und wenn du das gerammt hast, ist ein Pilz rausgekommen. Das war die? Ja, aber auf dem Gamecube war es nochmal die schlimmste von allen. Echt? Ja, das war die schlimmste Version von allen. Oh, da fahren die, da kommen die Panther. Ja. War das deine? Ja, nein. Nein. Ja? Ohhhh. Ohhhh. Da rannt das Auto. Oh Gott. Ah, nixi! Nixi! Sind das eigentlich Zweiter oder Dritte Rennen? Dritte. Ach kommts. Ne, für deinen Platz hat mich gebissen. Es tut mir leid, die habe ich manchmal nicht unter Kontrolle. Und seid ihr denn eigentlich? Vierter. Drop mal ein paar Bombs. Oh Gott, ja und ich fahr direkt rein, danke. Bom, drop, bom, drop, bom. Drop mal die Bombs, yeah. Ich hab noch keine Coins ey, ich fahr so langsam gerade. Habt ihr schon Coining? Ne, ich hab ja gerade wieder verloren wegen deiner Bombe. Oh, warte mal, ich hab nur drei Coins hab ich. Oh, das ist aber vier. Ey, der kam nicht ins Auto. Was ist los mit ihm ey? Ach, jetzt ehrlich, ich bin achter. Ne, für erst hat den Splitz gefordert. Auf dem vierten Platz ey. Ehrlich. Oh, weißt du, das ist ja nüger. Weil ich bin grad siemter. Ich sag euch dann wie es war, okay? Ich hasse diese Strecke. Die Map ist auch scheiße, ja ehrlich. Die ist auch kacke. Frau Pilz. Frau Pilz. Frau Pilz. Van Variant. Was macht ihr da? Moment, eulich, diese Map. Wunder war ein Pilz. Krieg ich doch Krebs? Eulich, jetzt ehrlich, bin dahin Ter, das heut nichts. 지금, dahin ist echt Whichshlechter. Uh, aber da krieg ich den Kugel Willi. Kugel Willi. Kugel Willi, Kugel Willi. Willi Wums. Ich will er mich, uh. Aber weit bin ich auch nicht gekommen. Oh, da ist da. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ich komm nicht drauf, ey. Ah, ha, ha, ha. Ich hab's gesehen. Das war so schlecht. Ah, ha, ha, ha. So ein Flick, ey. Das war feierlich. Warum liegen denn hier überall Coins rum? Oh Gott, ich hasse diese Strecke. Robolino. Ah, nein. Oh, nein. Rosalino. Nein, nein, nein. Ich will, ich hab' bekommen. Nein, ich hab' mich selbst abgeschossen. Yes. Ey, das ist doch nicht wahr. Warum. Warum diese Fail 16 Punkte? War so Fail. 16 Punkte in meinem Pocket. Hey, bei mir krieg ich gar keine Punkte. Was? Ist einfach nichts passiert. Warum hast du dich gegen Auto geschossen? Ja, und es kam direkt wieder zurück. Ja, Karma. Puzzi muss was machen. Ja, moderier ab. Okay, Leute. Das war's mit dem Part. Wenn es dir gefallen, gib uns einen Daumen hoch. Ich liebe euch. Tschüss. Ich bin mir wieder. Schüffers. Ich bin mir wieder. Schüffers. Ich bin mir wieder. Ich bin mir wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017